Ich bin Finn von Bitcoin einfach erklärt und heute möchte ich auf die Frage eingehen, ob Bitcoin ungerecht verteilt ist. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns zuerst angucken, wie es mit der globalen Verteilung des Vermögens aussieht. In dieser Darstellung von Credit Suisse können wir klar erkennen, dass ungefähr 1,1% der weltweit reichsten Menschen ungefähr 46% des globalen Vermögens besitzen, während die unteren 55% nur ca. 1,3% des globalen Vermögens haben. Jetzt natürlich die Frage, woher kommt diese enorme Ungleichheit? Das liegt daran, dass es diesen Cantillon-Effekt gibt. Das heißt, das Fiat-Geld, also staatlich kontinuiertes Geld, also Euro, Dollar, Pfund, Yen, was auch immer, das verteilt sich immer schlechter. Denn wenn Geld gedruckt wird, dann wird nicht mehr Wert erschaffen, sondern die Verteilung des Geldes ändert sich einfach nur. Dieser Cantillon-Effekt ist seit 1755 bekannt, der wurde auch seitdem nicht entkräftigt und der besagt einfach, dass die Reichen oder die Leute, die nahe an der Geldschöpfungsquelle sitzen, die profitieren von der Geldmengenausweitung. Das können wir zum Beispiel auch 2018 sehen, da mussten verschiedenste Banken gerettet werden, einfach weil diese Banken, die sind ein hohes Risiko eingegangen. Eigentlich hätten die ja nun mal pleite gehen müssen, aber der Staat ist eingeschritten, hat neues Geld gedruckt, hat damit quasi jeden Bürger, der nichts mit diesen Spekulationen zu tun hatte, der wurde einfach trotzdem enteignet, der musste quasi dafür bezahlen, dass diese Banken gerettet werden müssen. Und weil diese Banken nun mal gerettet wurden, können diese Banken jetzt weiterhin auf andere Art und Weisen hoch spekulative Investments tätigen. Und das musste alles von der normalen Bevölkerung gezahlt werden. Das gleiche bezieht sich auch auf Monopole. Monopole können quasi nur existieren, weil es diesen Cantillon-Effekt gibt, weil diese ganzen großen Unternehmen immer weiter Schulden aufnehmen können. Die finanzieren sich quasi einfach dadurch, dass sie immer wieder günstiges Geld nehmen. Eigentlich wären viele dieser großen Unternehmen, dieser Monopole, gar nicht wirklich rentabel. Unter einem fairen Geldsystem würden die irgendwann pleite gehen oder müssen sich zumindest deutlich reduzieren. Aber da sie halt immer weiter Geld vom Staat kriegen, enteignen sie quasi die restliche Bevölkerung und können damit ihre Monopole aufrechterhalten. Das heißt, die Reichen werden immer reicher. Wenn ich zum Beispiel viele Immobilien besitze und die Geldmenge ausgeweitet wird, dann können wir sehen, dass dieses neu geschaffene Geld tendenziell mit am meisten in Immobilien fließt. Das heißt, dass meine Immobilien sehr stark im Wert steigen und ich dadurch immer reicher werde. Das heißt, wenn ich Immobilien besitze, freue ich mich, dass diese Immobilien im Wert steigen. Wenn ich aber nicht so wohlhabend bin und mir eine Immobilie kaufen möchte, dann bedeutet das, dass ich immer mehr Geld auf den Tisch legen muss, um so ein Haus zu kaufen. Das heißt, dass die Armen immer ärmer werden, während die Reichen immer reicher werden. Das können wir auch in den verschiedenen Statistiken hier sehen. Wie ich gesagt habe, die oberen 1%, die werden immer reicher im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Das liegt wie gesagt an diesem Cantillon-Effekt, denn die Löhne, die dürfen nicht mit der Inflation mitziehen, weil, wenn wir gerade 10% Inflation haben und wir würden die Löhne um 10% anpassen, das bedeutet, dass die Kosten für die Unternehmen weiter steigen würden, das bedeutet wiederum, dass die Inflation weiter steigen würde und so weiter und so fort. Das würde relativ schnell dazu führen, dass dieses Geldsystem relativ schnell kaputt geht. Ein staatlich kontinuiertes Geldsystem geht immer kaputt. Darauf gehe ich in diesem Video hier ein. Da erkläre ich auch nochmal genauer diesen Cantillon-Effekt und welche Auswirkungen das hat. Denn wer Kredite aufnimmt, der hat wie gesagt Vorteile zur Konkurrenz, einfach weil ich da nicht mehr sparen muss. Ich kann jetzt sofort mein Unternehmen verbessern, ausweiten, effizienter machen und dadurch hat die Konkurrenz, die einfach ihr Geld sparen möchte, die verliert natürlich einen Marktanteil, die wird irrelevanter und ich profitiere von der Geldmengeausweitung. Und das ist wie gesagt das Problem in einem staatlich kontrollierten Geldsystem. Deswegen werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Und ja, Bitcoin löst dieses Problem, weil es halt eben eine unveränderbare Limitierung auf 21 Millionen Coins gibt. Das bedeutet, es gibt keinen Cantillon-Effekt. Es wird kein neues Geld erschaffen, Geld wird nicht umverteilt. Jeder, der Bitcoin besitzt, der besitzt Bitcoin. Seine Bitcoin steigen tendenziell sogar immer weiter im Wert, einfach weil Bitcoin das seltenste Objekt auf diesem Planeten ist. Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel jetzt irgendein großes Unternehmen habe, zum Beispiel oder viele Ländereien, was auch immer, alles würde im Vergleich zu Bitcoin tendenziell immer weiter an Kaufkraft verlieren. Deswegen ist es ein Bitcoin-System, weil mich halt kein Staat einfach wie 2008 retten kann, weil der Staat nicht einfach Geld aus dem Nichts erschaffen kann. Da muss ich quasi in einem Bitcoin-System viel mehr aufpassen, dass ich nicht einfach pleite gehe. Das bedeutet, dass dieser große Reichtum in einem Bitcoin-System, der wäre bei weitem nicht so sicher wie in einem Fiat-System. Also wer reich in Bitcoin ist, der kann diesen Reichtum viel einfacher wieder verlieren. Wenn ich quasi jetzt gerade extrem reich bin und ich besitze ganz viele Bitcoin, dann möchte ich zum Beispiel mir davon ja irgendwas kaufen. Ich möchte mir eine große Villa kaufen, was auch immer. Ich möchte mir viele Autos kaufen, aber dabei gebe ich meine Bitcoin ja aus. Die verteilen sich immer besser an die verschiedenen Anbieter, die mir halt das Haus verkauft haben, die das Haus gebaut haben, die die Autos hergestellt haben, an die Zulieferer, der Autohersteller und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass dieses Geld sich besser verteilt und ich persönlich werde dadurch ärmer, weil diese riesige Immobilie, die ich mir gekauft habe, die verliert immer weiter am Wert, weil es halt eben keinen Cantillon-Effekt gibt. Das heißt, ich werde quasi immer ärmer, wenn ich mein Geld nicht in Bitcoin halte. Wir können ja auch sehen, die Zeit, die es braucht, um für ein Haus zu sparen, das steigt auch immer weiter an, einfach weil das Vermögen sich immer ungerechter verteilt. Und ja, kurz gesagt, ist Fiat-Geld anfänglich im besten Fall gut verteilt, aber durch den Cantillon-Effekt verteilt sich dieses Geld immer schlechter, das Vermögen verteilt sich immer schlechter und Bitcoin ist anfänglich halt eben schlecht verteilt, verteilt sich aber immer besser. Und hier müssen wir klar verstehen, Bitcoin soll das beste und das letzte Geld der Menschheit sein. Es gibt hier quasi nur 1 oder 0, entweder Bitcoin ist das beste Geld der Menschheit oder nicht. Es gibt da keinen zweiten Platz oder so, es ist ein Winner-takes-it-all-Prinzip. Warum Bitcoin? Meiner Ansicht nach das beste Geld ist. Dafür könnt ihr euch das Video oben rechts zum Beispiel angucken oder ihr guckt euch einfach weitere Videos auf meinem Kanal an. Aber weil es halt eben bei Bitcoin keinen Cantillon-Effekt gibt, weil Bitcoin komplett dezentral ist, keine Partei also diese Geldmenge vermehren kann, bedeutet das, dass die Vermögensverteilung in einem Bitcoin-System, die würde im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer gerechter werden, immer fairer werden, sich immer mehr angleichen, weil sich halt eben keiner einen unfairen Vorteil verschaffen kann. Wenn ich in einem Bitcoin-System einfach schlecht wirtschafte, gehe ich pleite und dann verteilt sich dieses Geld wieder besser an andere Leute. Jeder kann einsehen, wie viele Bitcoin wann verfügbar sein werden. Das ist alles komplett fest programmiert. Das ist unabhängig von der Meinung von irgendwelchen Personen oder irgendwelchen Staaten und wir können auch jetzt schon sehen, dass sich Bitcoin immer besser verteilt. Hier muss ich kurz anmerken, ich persönlich betreibe diesen Kanal natürlich in meiner Freizeit. Ich verdiene damit effektiv kein Geld. Deswegen bin ich nicht in der Lage, monatlich 30 oder 800 Euro für so ein Glassnode-Account auszugeben. Aber ich glaube, wir können trotzdem ausreichend erkennen, dass die Bitcoin-Adressen mit über 0,01 Bitcoin, das ist diese orange Linie, die steigt immer weiter an. Gleichzeitig sehen wir auch die Adressen mit 0,1 Bitcoin, die steigen auch immer weiter an. Und die Adressen mit 1 Bitcoin, die steigen auch immer weiter an. Aber hier können wir auch schon sehen, es wird ein bisschen flacher diese Kurve. Bei den Adressen mit über 10 Bitcoin, da können wir sehen, effektiv seit 2017 ungefähr stagniert diese Linie. Und bei den Adressen mit über 100 Bitcoin können wir erkennen, dass diese Menge sogar immer weiter sinkt. Wir können also erkennen, dass es immer mehr kleinere Bitcoin-Adressen gibt mit geringen Bitcoin-Beträgen. Und dafür gibt es halt immer weniger große Bitcoin-Adressen mit großen Bitcoin-Beträgen. Was aber die Adressen mit über 1000 Bitcoin angeht, da können wir sehen, das stagniert auch einigermaßen, ist ein bisschen gestiegen. Aber unter diesen Adressen, da sind Banken darunter, da sind Kryptohandelsplattformen darunter, da sind Miner darunter. Die halten quasi Bitcoin, aber nicht langfristig, sondern die müssen wieder verkaufen. Oder halt diese Kryptohandelsplattformen oder Banken, die haben nun mal eine große Wallet quasi, wo dann eben die Gelder von vielen unterschiedlichen Kunden drin liegen. Und wenn diese Kunden ihre Bitcoin auf ihre eigene Wallet überweisen wollen würden, dann müssten diese Kryptohandelsplattformen nun mal diese Bitcoin ja auch abgeben und abstoßen. Aber die meisten Leute lassen leider ihre Bitcoin auf den Kryptohandelsplattformen liegen. Ich kann da immer nur wiederholen, ihr müsst eure Coins unbedingt auf euren eigenen Wallet halten. Das ist ziemlich einfach. Ihr könnt euch zum Beispiel die App Relay runterladen. Dort könnt ihr relativ einfach Bitcoin kaufen und ihr habt den Zugriff zu euren eigenen Bitcoin. Das heißt, falls Relay mal pleite gehen sollte, habt ihr trotzdem weiterhin Zugriff zu euren Coins. Ihr könnt jede andere Wallet runterladen, dort eure 12 Wörter eingeben und dann könnt ihr eure Bitcoin weiter nutzen. Unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link. Da ist auch mein Empfehlungscode BEE, mit dem spart ihr 0,5% Gebühren beim Bitcoin-Kauf. Aber gleichzeitig können wir auch wieder sehen, dass die Adressen mit über 10.000 Bitcoin, die sinken auch immer weiter. Man muss natürlich auch anmerken, dass gerade diese großen Adressen mit 10.000 oder 1.000 Bitcoin, das sind halt eher die Adressen, die schon seit Anfang an da waren. Da sind viele tote Adressen drunter. Man schätzt, dass bereits 3 bis 4 Millionen Bitcoin verloren gegangen sind. Das sind nun mal tendenziell eher die Adressen, die eben so viele Bitcoin besitzen, weil damals Bitcoin nichts wert war oder kaum was wert war. Und diese Leute haben dann quasi einfach den Zugang zu ihren Bitcoins vergessen, weil sie dachten, das wäre eh nichts wert. Deswegen passt auf eure Bitcoin auf. Trotzdem müssen wir anmerken, dass Bitcoin noch relativ schlecht verteilt ist. Und Bitcoin soll nun mal ein neutrales Geld sein. Keiner soll sich einen unfairen Vorteil verschaffen können. Und die Frage ist jetzt, wie können wir so ein Geld denn am besten überhaupt in Umlauf bringen? Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Das würde diesem Kanal sehr helfen. Und die große Herausforderung ist jetzt, wenn wir so ein neues Geld in Umlauf bringen wollen, das halt dezentral ist, was von keiner Partei ausgegeben wird, dann ist halt die Frage, wie verteilt man dieses Geld denn am besten? Dass es halt auch wirklich neutral ist. Und ja, wir können zum Beispiel so vorgehen, wie die allermeisten Altcoins. Das heißt, wir starten einen Pre-Mine, wir verschaffen uns einen unfairen Vorteil und gehen dann erst in die Öffentlichkeit, wenn wir genug Coins haben oder alternativ können wir auch einfach Coins aus dem Nichts erschaffen. Das tun quasi fast alle anderen Kryptowährungen außer Bitcoin. Also Ethereum, Binance, Polkadot, Cardano, Solana und so weiter und so fort. Ihr kennt diese ganzen Shitcoins. Auf jeden Fall, ja, man kann einfach Geld quasi aus dem Nichts erstellen, bereichert sich und mit diesen Coins, die man aus dem Nichts erschaffen hat, mit denen bezahlt man eben dann das Entwicklerteam, das Marketingteam, damit die ja schön Werbung machen, damit dein Coin im Wert steigt, gleichzeitig verteilt man seine Coins auch an Venture Capitalist, also einfach an große Investoren, um noch mehr Geld zu sammeln, weil das treibt den Preis immer nach oben. Dann kann man nämlich die tollen Partnerschaften ankündigen. Das heißt, noch mehr uninformierte Leute kommen in eine Kryptowährung rein und pumpen diesen Wert der Kryptowährung nach oben. Da gibt es eben diese Initial Coin Offerings. Die könnt ihr entweder relativ öffentlich machen oder im geschlossenen Rahmen. Und ja, das alles führt natürlich dazu, dass Altcoins nicht neutral sind und kein Rohstoff sind. Weil klar, wenn ich natürlich eine neue Währung rausbringe und mich persönlich damit bereichere, dann ist klar, dass diese Coins nicht neutral sind, weil ich nun mal davon profitiere, wenn dieser Coin groß im Wert steigt und große Adoption erfährt. Das heißt, diese ganzen Gründer, die Investoren, die Foundations, die Entwicklerteams und so weiter, die bereichern sich an der Erstellung eines komplett neuen Geldes. Das sind einfach nur Aktien im Endeffekt, weil sie halt eben komplett zentral sind, weil sie halt einfach kein Knappheitsversprechen haben, weil diese Foundations oder diese Gründer, diese Entwicklerteams, die können im Endeffekt einfach beschließen, dass sie die Menge der Coins vervielfältigen. Das können wir nicht ausschließen. Und weil eben nur Bitcoin dezentral ist, weil es bei Bitcoin keine Foundation gibt, kein Gründer, kein Investor, kein Entwicklerteam, was auch immer in dieser Form. Das heißt, dass nur Bitcoin dezentral ist und damit auch wirklich als Geld fungieren kann, weil keiner diese Grenze von 21 Millionen Bitcoin ausweiten kann. Das heißt, Bitcoin ist als Geld komplett alternativlos, weil nur Bitcoins Knappheitsversprechen wirklich echt ist und glaubwürdig ist. Und die Frage ist jetzt, wie hat Bitcoin das geschafft? Ja, Bitcoin wurde halt eben von Satoshi Nakamoto erfunden. Satoshi Nakamoto ist einfach nur ein Fantasiename. Keiner weiß, ob das eine Person war, ob das mehrere Personen waren, ob die Person männlich oder weiblich war. Keine Ahnung, ob das Unternehmen war. Das weiß keiner bis heute. Und dieser Satoshi Nakamoto, der hat öffentlich angekündigt, wann er halt eben mit dem Bitcoin-Mining starten würde. Das heißt, es gab keinen Pre-Mine. Anders als bei Ethereum zum Beispiel hat sich halt eben Satoshi nicht einen unfairen Vorteil verschafft, sondern jeder von uns, der gerade dieses Video guckt, hätte in der Theorie auch damals anfangen können, Bitcoin zu minen. Die einzige Person, die sich auf diesen Aufruf zum Mining gemeldet hat, das war im Endeffekt nur Helfini. Helfini war auch maßgeblich für die Entwicklung von Bitcoin verantwortlich. Manche behaupten auch, dass er Satoshi Nakamoto sein könnte. Ich glaube, das ist nicht, aber es gibt keinen Beweis dafür. Also, wer weiß da schon. Auf jeden Fall schätzt man, weil Satoshi Nakamoto nun mal als Erfinder von Bitcoin natürlich am meisten Bitcoin gemeint hat, besitzt er ungefähr eine Million Bitcoin. Das ist natürlich ziemlich viel. Und das Ding ist, klar, so ein Vitalik Buterin von Ethereum oder ein Charles Hoskinson oder was weiß ich, die Ripple Foundation bei Ripple und so weiter, die besitzt natürlich auch enorme Mengen an diesen Coins. Der große Unterschied ist aber, dass Satoshi Nakamoto diese Coins bis heute nie bewegt hat. Einmal ist Satoshi, wie gesagt, anonym. Niemand weiß, wer er ist. Er ist auch damals am 26.04.2011 verschwunden. Seitdem hat niemand mehr etwas von Satoshi Nakamoto gehört. Während zum Beispiel Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum, der ist immer wieder in Interviews vertreten, der hat natürlich eine starke Präsenz, der hat Millionen von Follower auf Twitter und der beeinflusst natürlich weiterhin die Entwicklung von Ethereum maßgeblich und wie Vitalik selber sagt, verkauft er bei den Tops, also wenn Ethereum hoch im Preis steht, dann verkauft er regelmäßig von seinen aus dem Nichts erschaffenen IFA einfach mal ein bisschen welche am Markt und bereichert sich damit. Genau das Gleiche gilt für Cardano, also Charles Hoskinson und so weiter. Das sind Leute, die sich einfach damit bereichert haben. Das hat Satoshi Nakamoto eben nicht gemacht, weil er diese Coins bis heute nie verkauft hat. Er hat nur eine einzige angekündigte Testüberweisung mit Telfini durchgeführt. Danach gab es aber keine einzige Transaktion mehr. Satoshi besitzt weiterhin alle von seinen Coins und das kann jeder öffentlich nachsehen in der Bitcoin-Blockchain. Da kann niemand betrügen und ja, anders als bei anderen Kryptowährungen weiß niemand, wer Bitcoin erschaffen hat. Seit Satoshi 2011 offiziell verschwunden ist, ist Bitcoin auch komplett dezentral, weil es jetzt halt eben keine Partei mehr gibt, kein Anführer in Anführungszeichen, der irgendwie die Entwicklung von Bitcoin beeinflussen könnte. Bitcoin ist jetzt komplett selbstständig, Bitcoin ist dezentral, wir alle sind quasi Satoshi, kann man sagen und deswegen funktioniert Bitcoin, beziehungsweise Bitcoin-Mining, genauso wie ein Rohstoff. Das ist ja auch das, was der Chef des Security Exchange Commission, Gary Gensler sagt, das sind Bitcoin-Experte und gleichzeitig Chef der wichtigsten Regulierungsbehörde der Welt, der US-Börsenaufsicht und der sagt auch, dass Bitcoin ein Rohstoff ist. Nur Bitcoin, keine andere Kryptowährung, auch kein Ethereum, was sich jetzt durch Proof of Stake auch komplett zentralisiert hat. Da kann man gar nicht mehr sprechen, dass es auch nur irgendwie dezentral sein sollte. Auf jeden Fall ist das Wichtige, dass Satoshi Nakamoto halt eben altruistisch gehandelt hat. Er hat sich nicht bereichert, obwohl er das hätte machen können. Wenn es Satoshi Nakamoto ums Geld gehen würde, dann hätte er seine Coins schon längst verkaufen können. Natürlich, wenn Satoshi seine Coins bewegen würde, das würde jeder sehen. Jeder achtet auf diese Wallet natürlich und ja, dann würde man quasi sofort erkennen, okay, Satoshi hat gerade seine Coins bewegt. Das würde ja kurz oder vielleicht auch mittelfristig starke negative Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben. Aber langfristig würde das dann eben keine Auswirkungen auf Bitcoin haben, weil Bitcoin wie gesagt dezentral ist. Bitcoin ist so dezentral geworden im Laufe der Jahre, dass Satoshi keine Macht mehr über Bitcoin hat. Vielleicht könnte er, wie Charles Hoskinson oder Vitalik Buterin, sich einen tollen Kult um seine Person aufbauen und einige Leute würden dann seinen Meinungen folgen. Aber ich glaube, dass auch die Kultur, die sich im Laufe der Jahre durch die Dezentralität von Bitcoin entwickelt hat, die ist eine andere als bei anderen Kryptowährungen. Aber ich denke, die allermeisten Bitcoiner würden sich gegen Satoshi Nakamoto richten oder zumindest nicht auf ihn hören. Denn ja, es heißt nicht ohne Grund bei Bitcoin immer Slay your Heroes. Keine Götter, keine Master. Jeder ist Bitcoin. Bitcoin hat keinen Anführer. Bitcoin soll keinen Anführer haben. Das würde Bitcoin mehr oder weniger zentralisieren. Und deswegen wollen wir keine großen, mächtigen Meinungsmacher haben. Auch solche einflussreichen Personen wie Michael Saylor, die sind natürlich ja nicht der Master von Bitcoin. Das sind auch einfach nur ganz normale Bitcoiner wie du und ich. Das Ding ist auch, anfänglich konnte man Bitcoin überhaupt gar nicht handeln. Bitcoin hatte einfach keinen Wert. Es gab keine Kryptohandelsplattform. Ja, deswegen wurde für zwei Pizzen damals auch, also die erste Bitcoin-Transaktion, wurden für zwei Pizzen 10.000 Bitcoin bezahlt. Einfach, weil man überhaupt gar keine Einschätzung hatte, wie viel Wert so ein Bitcoin sein könnte. Und gerade damals gab es dann noch sehr viele Szenarien und Möglichkeiten, in denen Bitcoin hätte scheitern können. Die Rechenleistung, also die Hashrate, war noch viel zu gering. Staaten hätten Bitcoin noch zerstören können. Deswegen hat man noch versucht, möglichst unter dem Radar zu bleiben. Das hat Tatschi auch damals Leute dazu angewiesen, dass die nicht irgendwas wie Wikileaks auf Bitcoin veröffentlichen sollten, weil es halt eben dann in den Fokus von Staaten oder großen Unternehmen kommen könnte. Und die hätten Bitcoin damals noch leicht zerstören können oder in ihre Kontrolle bringen können, besser gesagt. Und Bitcoin ist halt eben als einzige Kryptowährung über diesen Punkt hinweg. Bitcoin ist halt eben nicht durch CEOs, Venture-Capitalists und Unternehmen groß geworden. Satoshi Nakamoto hat niemandem versprochen, dass man irgendwie Lambo fahren wird, dass man in Wilden leben wird, was weiß ich, was zum Beispiel andere gewisse Personen im Kryptospace behaupten, um damit ihren Coin anzupreisen und Leute dazu bringen wollen, große Hoffnungen in ihre selbst erschaffene Kryptowährung zu haben. Und ja, das Ding ist halt, die ersten Bitcoiner, das waren keine Investoren, das waren keine Leute, die irgendwie ja große Absichten hatten, reich zu werden. Das waren einfach Informatik-Nerds, das waren Mathe-Nerds, die haben sich einfach für die Technik dahinter interessiert, die fanden den Grundgedanken cool und haben sich damit halt beschäftigt, haben Bitcoin gemeint, einfach als Technikexperiment und das ist halt quasi auch komplett grundsätzlich anders zu allen anderen Kryptowährungen, die quasi nur erschaffen worden sind, um Geld zu machen, um Fiat-Geld zu machen, also Euro oder Dollar zu machen oder um halt eben so ein eigenes Fiat-Geldsystem in Form einer Kryptowährung rauszubringen, weil Leute nicht verstehen, was Kryptowährungen sind, weil sie denken, dass Blockchain irgendwie eine wichtige Technologie sei, was viele Leute einreden wollen, aber das ist alles einfach nur Marketing, das stimmt so nicht, das könnt ihr auf meinem Kanal nachgucken, wie ich auch schon bereits gesagt hatte, sind ungefähr 4 Millionen Bitcoin bereits verloren gegangen, einfach weil diese Leute damals nicht wirklich daran geglaubt haben oder sich nicht vorstellen konnten, dass Bitcoin mal irgendwann Hunderte, Tausende oder Zehntausende von Euro wert sein würde, deswegen haben die Leute sich nicht darum gekümmert, ihre Bitcoin richtig zu verwahren und deswegen sind gerade aus der Anfangszeit so extrem viele Bitcoin verloren gegangen, weil man eben gerade in der Anfangszeit von Bitcoin noch ziemlich viele Bitcoin bekommen hat fürs Bitcoin-Mining und diese Menge, die wird natürlich immer weniger, die Inflation bei Bitcoin tendiert eben gegen Null und wird auch irgendwann 2140 Null erreichen, dann sind alle Bitcoin im Umlauf und keine weiteren Bitcoin kommen mehr hinzu und was ich auf jeden Fall auch nochmal ganz klarstellen möchte, alle anderen Kryptowährungen haben einen Wert, weil Bitcoin damals einen Wert für Kryptowährungen geschaffen hat. Alle anderen Kryptowährungen wie IFA, Cardano, Solana, was weiß ich was, diese ganzen Kryptowährungen sind erschienen, man konnte sofort in sie investieren mit Euro, mit Dollar, mit Bitcoin, was auch immer und das war eben bei Bitcoin nicht der Fall und ja, auch wenn Bitcoin derzeit noch relativ unfair verteilt ist, bin ich trotzdem klar der Meinung, dass man so ein neues und neutrales Geld nicht hätte besser verteilen können. Ich persönlich bin okay damit, dass es ja gewisse Informatiker gab, einfach schlaue Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die nicht das Ziel hatten, viel Geld zu machen, sondern die einfach eine technische Revolution unterstützen wollten. Gerade damals sind die Leute, die jetzt so riesige Mengen an Bitcoin besitzen, die sind damals ein sehr großes Risiko eingegangen. Bitcoin hätte damals auch noch auf 0 Euro fallen können, das war absolut realistisch und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Bitcoin habt oder ich Kritik zu Bitcoin entkräftigen soll, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare, dann mache ich gegebenenfalls dazu ein neues Video und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.